Das ist auch einer mit dem Banjo. Jo. Bist du hier? Kommst du her? Wollen wir uns angucken? Warte mal. Komm hin. Gut. Tut 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 tut. Hast du den Hubschrauber reingelockt hier oder was? Ja. Felt ganz schön was aus du. Ja, ja. So, ok. Ach, erst tut du Briefkasten. Ok. Warte mal. 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 Du musst dir Geldversteck für uns ausräumen. In den Highlands haben wir einen toten Briefkasten mit den Einzelheiten. Holen sie dir. Jo. Machen wir. Machen wir. Äh. Gucken. Karte ist ja auch da in der Richtung. Der tolle Briefkasten. Oh weh, oh weh. Der ist auf der anderen Seite. Da müssen wir ja eh hin, Olaf. Da müssen wir ja eh hin. Um das andere abzuschließen. Die hat zu den Highlands. Wir müssen jetzt, aber hier erstmal was machen. Weil das geht jetzt zu den Highlands. Ah, warte mal. Das ist die Raure. Äh. Wie hieß der andere? Ne, äh. Ich weiß nicht, wo der nächste ist. Einen anderen Ausgang haben wir ja gar nicht. Das heißt, einen anderen Ausgang haben wir schon, aber. Jetzt hast du ihn weggemacht. Ja, das ist die Mission, die wir eigentlich gemacht haben. Komm, Miki, fang mal hin da. Sonst müssen wir ja von einer auf. Die ist jetzt, die ist jetzt nicht mehr gegen seine, gell? Ne, ich hab ja wieder die andere Mission genommen. Ach, hier ist der Catch-Ride. Oh, schon wieder Hubschrauber. Oh, der Spaß auf. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Scheint für jede Kugel dankbar zu sein. Ja, ja. Der sagt immer. Oh, oh, oh oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. jeder Wer will hin sollen Aus will. Spawn Klitschenplatz Bin schon drin Bei dem klappt sie einwandfrei Aha So machen wir das Ich sag ja, der hat plattfüße auf sogar bei dem Auto Alter, kommst du nicht durch mit dem Auto, oder was? Äh, nicht, nicht. Ey. Kannst halt nicht drüber. Na klar. Musst andersrum rausfahren. Kommst nicht drüber, siehst du? Gibt keinen anderen Ausflug hier, Olaf. Alter, ist doch nicht normal, oder? So, jetzt mit Anlaufen. Hä? Wir müssen andersrum. Wie kommen nirgends woanders raus, oder? Ich dachte, komm, wir laufen jetzt. Ich bin auch sofort noch vorgetaunt. Na komm, auf der anderen Seite kommen wir doch aus dem Rumpf fahren. Wie kommen wir wieder hierher, Olaf? Das haben wir gestern auch schon gehabt. Dann laufen wir zur Ellie, holen sie sein Auto. Ich glaube, du bist ein paar abgeschossen hier. Ey, hast du abgefahren. Blöder Mistviech. Wird die auch durchgefahren, die, ne? Ne. Warte, komm. Wo bist du denn? Na, hier, hinter dir. Ach, hier, ne? Auch jetzt hat er mich auf. Jo. Aber ich hab auch mit mir auf. So. Du wirst besser. Du warst, jetzt ist keiner mehr da, wo ich mich... ...rechen könnte. Ach so, so. Ja. Warte, Moment. Ö... ... Kommt der nächste mal drauf. Danke. Weg hier. Oh, oh, oh. Oh. So. Jetzt hat er es für Ellie kam. Jetzt hat er es für Ellie. Jetzt hat er laid. Aber ich glaube, Autos kannst du bei B2 noch gar nicht klauen, ne? Geht erst bei B3, ne? Ja, ja, keine Ahnung. Ey! Dreckmöbel links, bummst. Schneid die Teile so. Äh, Elli, wir kommen. Wir kommen wieder. Wir brauchen neues Auto. Äh, richtig hier, ne? Oder? Ja. Ah, da kommen die komischen Skeksdinger schon wieder an hier. Ey, komm. Schleck, ja, Schleck. Alles einsammeln. Wir brauchen noch ein bisschen Gesundheit. Hier ist ein Medikit. So. Medikit noch kaufen gleich. Glaube ich nicht. Ne, bei dir ist voll. Na, weil ich ja hartnäckige hier, wer da ran bin. Ja, ich bin ja bloß eine kranke Schwester, weißt. Ja. Ja, du bist die krankgeschwister, ja. Belastet dich dein vieles Geld. Und schon gleich kommen. So. Empfiehlst deinen Freund, Markus, Position. Voll Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. So, äh. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Ach. Herzlich willkommen, Kunde. Ich bin sicher, wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Genau. Kauf bei mir. So, reicht. Einmal kaufen reicht. Gibt's ganz zu teuer. Hi, den Hüni. Willkommen zum neuen und verbesserten Catch-a-Ride. Jetzt mit 47% mehr als 46% Todesfälle pro Jahr. Das ist weniger als letztes Jahr. Kein Applaus, bitte. Ja, ja, kein Applaus. Äh, so. Hä? So, ab zum nächsten Lager. Hup. Nein, wir wollen nicht kämpfen. Lass uns in Ruhe. Oh, wir haben... Ja, kein... Kein Turbo mehr. Schade. Aufsteigen sind wir. Richtig. So, äh, hier drinnen. Äh, hier durch. Hier müssen wir durch. Okay, reisen. Lünschwut. Okay. Ja, machen wir es. Die Treppe hier hoch, denke ich mal, ja. Der Sheriff führt demnächst eine Säuberungsaktion in der Statue. Weiß ich es nicht. Und nein, auch... Und wir sind ja da. Ja. Ich weiß nur, dass sie mich gezwungen hat, hilfischer Rett verwenden, dass sie mir eine Höllenangst einjagt. Und dass ich hoffe, dass sie das nicht hört. Die feiner Züge. Ja. Oh, ich kann mich mal eine Munition kaufen. Ich gebe es nochmal einen Steckbrief oder was. Äh, benutzen. Ich benutze mal, ne? Na. Züge sie, dass sie da zerstört zu werden. Aha. Die Bank sprengen oder 3UC nach Kavum. Äh, Prick will, dass du die Bank überfällst. Musst du sonst noch irgendwas wissen? Ich habe sie noch nicht angenommen, ne? Hängt noch da. Hm. Hm. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Munition. Voll, 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 voll. Außer da. Scharfschützen, aber... Danke für die Kohle. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. So. Hier runter. Diese Zeichen, okay. Oha. Wildweststadt. Der Wilde Westen lässt grüßen. Hm. Oha. Main Street. Ach, jetzt werden Sniper gar nicht mal so verkehrt. Warte mal. Hi nun. Hi nun. Ist gleich. Warte, 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 warte. Äh, Pistole bin ich mir weg. Und dann füge ich Sniper rein. Und dann füge ich Sniper ausgerüstet, aber nicht angelegt, weiss. Und dann füge ich Sniper. Und dann füge ich Sniper. Und dann füge ich Sniper. Hä? Es war Zug. Wieso fahren wir noch leise? Bist du noch da oben? Mich hat weggespawnt. Nee, ich bin nicht weggespawnt worden. Ich bin hier. Ich frage mich rein, warum ich jetzt weggespawnt bin. Ich kämpfe hier gerade gegen Elite-Miranda oder wie die heißen. Der hat mich zwar umgebracht, aber ich habe mir sein Leben dafür geholt. Aber ich frage mich gerade, warum ich gespawnt bin. Mich hat keine Ahnung, außer Weiß. Dann warst du weg. Komisch. Äh... Aufwaffen. Ist das ja so ein Grafik-Bug? Durch die Map-Geräusche spinnen oder so. Keine Ahnung. Äh, okay. Jungs, willkommen zu euch. Willkommen zu euch. Guter. Aber ich bin ein Badass! Ein Badass, ja und? Hatte ich auch nichts genutzt, ne? Oh, hier ist noch eine. Hier unten drinne. Gut. Äh, was ist hier drinne? Geld. 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 Okay. Geld. Gut. Äh. Der hat mich fast über einen Haufen gerannt. Hä? Der hat mich fast über einen Haufen gerannt. Ich hatte ihn sogar berührt, den Jungen. Er ist weitergelaufen. Sind wir hier überhaupt richtig? Ich hab keine Ahnung. Wir sind weg, den Jungen. Äh. Medikinds hier. Danke. So. Du hast ja nichts verloren. Das ist doch gut. Oh, das wird los. Mit dem Fall. Das ist alles gut. Ähm. ich muss ihm erst mal wieder aufladen Ja nighttime das muss ich warten wenn sie auflincoln die tauchen ja auf die warten ja nicht auf dich... Jaja wir müssen für die Stadt kämpfen aber es ist mir nichts wenn ich ins nächste accusations reingeht und hauptlos noch was weiß ich so und so viel ja da musst du gucken dass du hier die kisten aufmachst so jetzt leer geht aber ziemlich langsam du mit deinem hund gehen hier kumpel hier ist medipec ausgefallen Hm, ich hab's gesehen, danke. Sind hier noch Kisten? Ja. Geld. Kann man nicht kaputt schießen, Gott. Na gut, wir müssen hier weiter, Knut. Achtung rechts. Also von mir aus gesehen rechts. Irgendwo hörst du nicht lauter. Vor dir, genau vor dir, Knut. Wir kannst du's nicht drauf nehmen. Halt ihn in einer Bereich. Hey. Der ist auch hier, ey. Der ist auch hier, ey. Der ist auch hier. Schieter da. Hör auf hier. Rot. Alter. Die ein Baum. So, er ist tot. Gut. Äh... Wo bin ich denn draufgeklettert? Auf ihm hier oder was? Ich war immer so hoch. Was ist das? Äh... Quanta Costa 400. Nehm ich mal mit. Zum Verkaufen. Oh, das ist das. Das Sterben kostet ihm so viel Geld. Äh, 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 äh. Oh! Uah! Oh! 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 Oh!